So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eigentlich gibt es ein Gewinnspiel, was ich raushauen müsste, ne? Grüße an den Sanjel Dilling, aber aus aktuellem Anlass muss ich diesen Dienstag nutzen, ein anderes Gewinnspiel erstmal vorzuziehen, was erst danach entstanden ist. Am Wochenende jetzt gab es in Indien ein Lichter-Festival. Ich habe da gar nicht drüber berichtet, weil das ist ja eh nicht bei uns und wenn es nicht bei uns ist, dann geht es mich nichts an. Zack, der Habanero macht keine Faxen und deswegen habe ich persönlich auch dieses Pikachu nicht. Ich habe keinen Fernraidpass, konnte ich also nicht mitmachen. Vor Ort darf ich nicht raiden, rübertauschen. Naja, wozu? Es ist ja kein neuer Pokédex-Eintrag. Aufheben, ich habe ja nicht viel Beutelplatz oder will immer möglichst wenig Pokémon auf der Hand haben. Deswegen war mir das Ding wurscht, aber es wurde danach gefragt, ob jemand Raids machen kann, Raids anbieten kann. Und wir machen Sonntag ja immer 10 bis 12 Uhr Raids für Zuschauer. Meistens den momentan legendären Raid-Boss. Das ist aber dann noch Darkrai gewesen. Und Darkrai hat halt... Ist schon so oft da und so viele Leute haben das. Und dieses Pikachu war halt jetzt was ganz Besonderes. In der Abstimmung haben auch die Leute vermehrt für Pikachu gestimmt. Dazu haben wir am Wochenende Pikachu-Raids für Zuschauer gemacht. Mit einem kleinen Account. Ich habe da mal 5 Stück gesammelt. Die sind euch. Die habe ich nicht für mich gesammelt, die habe ich für euch gesammelt. Wie gesagt, der Habanero hat keins. Der braucht keins. Das ist egal, aber ich weiß, manche hätten sich gefreut über so einen Pikachu. Jetzt gehe ich mal kurz hier drauf. Zeige euch die mal, wie die aussehen. So im Großen, wie die sich bewegen. Es gibt wohl auch nur weibliche. Das gibt es nicht in männlich. Und warum? Das hat einen Rock an, ein Kleid an. Das hat ein Gewand. Naientik sagt, nur Frauen dürfen Kleider tragen. Männer nicht. Ist das sexistisch? Man weiß es nicht. Ich kann doch auch Mann sein und kann mir hier so ein Poncho umhängen. Ist das nicht dasselbe dann? Ja, egal. Ich habe natürlich wieder eine Gewinnspielanforderung. Wenn ihr so ein Pikachu gewinnen möchtet, ihr kennt den Ablauf. Dienstag lade ich ein Gewinnspiel hoch, wenn es eins gibt. Und wird dann am darauffolgenden Montag ausgelost im Livestream bei Chill mit Ramses. Ich mache Montag eigentlich immer 20 bis 22 Uhr Chill mit Ramses als Livestream. Da sitzen wir zusammen, gucken uns Videos an, trinken Bier, labern. So habt ihr die Möglichkeit von Dienstag bis Montag in dem Zeitraum mitzumachen mit einem Kommentar unter diesem Video. Hm. Also wenn ihr das erst am Montag seht und es ist noch vor dem Stream, könnt ihr trotzdem noch kommentieren und habt trotzdem noch die Chance. Weil ja erst im Livestream dann der aktuelle Stand genommen wird. Der Stream am Montag geht 20 bis 22 Uhr. Verlosungen mache ich immer 21 Uhr, damit das in der Mitte vom Stream ist, damit die Leute auch Zeit haben, da reinzukommen. Steht auch immer dann im Titel oben drin, wenn eine Verlosung ist. Trotzdem kriegen das die meisten Leute gar nicht mit. Sagen, der lost sein Zeug nie aus oder der löst nicht auf. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Da müssen die Leute halt einfach mal die Augen aufmachen. Es wird hier gesagt, es wird hingeschrieben. Es ist einfach für jeden ersichtlich, durchsichtig, aber irgendwie, naja, manche wollen halt irgendwie stängern, ärgern. Kann ich nicht nachvollziehen, aber ist wohl leider so. Ihr habt also die Chance, eins von diesen 5 Picats Schuhe zu gewinnen, indem ihr einen Kommentar unter dieses Video schreibt. Die Anforderungen sage ich euch gleich. Und unter allen, die unter dieses Video schreiben, wird dann Verlos. Ihr müsst bei der Verlosung live dabei sein, damit ihr es auch dann entgegennehmen könnt sozusagen. Und am Mittag keine Faker wieder ankommen. Also 21 Uhr am Montag wird verlost im Chill mit Ramses Livestream, der aber schon 20 Uhr beginnt. Was so viele zahlen, da sind die meisten schon wieder raus. Ja, deswegen kann da auch nicht jeder gewinnen, sondern nur die, die auch zuhören können. Leute, die den ganzen Tag nur TikTok gucken, oh, böse. Die haben halt irgendwie trotzdem gefühlt, nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne, weil nach einer Minute ist der Ofen aus. Schade, schade. Aber so sieht es aus momentan. So, ich kann mal kurz die 5 zeigen, die ich hier eingesackt habe. Das war am 3.11., das war also der Sonntag am 3.11. in der Nähe von Delhi, Delhi, Indien. Das war in ganz Indien, aber ich habe einfach Indien eingegeben und da war ich irgendwo. Dann habe ich halt da kurz geradet. Das hat sogar 15 Verteidigungen hier. Das hat eine Treppe. Sieht man auch, eine 3-Sterne-Treppe. Das hat 3 Sterne, hat eigentlich recht gute Werte. Das ist auch so, aber ich brauche die alle nicht. Wie gesagt, die sind dann nur für euch. Die 5, also mal kurz auch gezeigt. Jetzt möchte ich euch zeigen, also was müsst ihr denn in euren Kommentar schreiben, wenn ihr gewinnen wollt, wenn ihr mitmachen möchtet. Welche vorbereitet. Wichtig ist erstens der Trainernamen. Schreibt das bitte auch nummeriert untereinander, so wie es da steht. Sieht halt besser aus. Erstens brauche ich euren Trainernamen, damit ich ja weiß, wer ihr seid. Damit auch, weil ihr habt ja einen anderen Google-Namen als einen Pokémon-Namen. Deswegen brauche ich euren Trainernamen im Spiel, wie ihr heißt. Dann zweitens möchte ich wissen, in welcher Stadt wurden diese Pikachu gefangen, die ich verlose? Schreibt das mal an Punkt 2. Drittens, Frage allgemein. Was ist euer Lieblingskostüm Pikachu? Es gibt ja so viele verschiedene kostümierte Pikachus schon mit Ballons, mit Mützen, mit Pullovern, mit Haucherbrille und Flossen. Welches Pikachu von den bisherigen Kostümierten findet ihr denn am coolsten? Da kann man gar nichts Falsches sagen, weil das ist nur eure persönliche Meinung. Und als letztes haben wir schon den Hashtag. Wir machen ja eigentlich immer einen Hashtag. Ihr wisst, wie macht man den Hashtag? Man macht dieses Raute-Zeichen und schreibt dann was dahin. Man muss es alles zusammenschreiben. Man muss auf die Groß-Kleinschreibung achten. Man muss den Hashtag genauso übernehmen, wie er hier ist. Und der Hashtag, den seht ihr jetzt schon hier. Denn dieses letzte Pikachu hat den Hashtag in sich. Und der heißt Hannes brennt. Also falls ihr das nicht lesen könnt. Hannes brennt. Weil Hannes ist gerade da. Der passt gerade auf Jonas auf im Nebenzimmer, weil die Mama ist krank. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme schnell das Gewinnspiel auf. Hannes ist am Montag dann nicht mehr da. Hannes geht dann diesen Freitag wieder nach Hause. Aber weil ihr gesagt habt, wann kommt mal wieder eine neue Folge Hannes brennt. Und wenigstens aber so Hannes brennt mal irgendwie mit eingebunden. Also, Kommentar unter dieses Video mit Trainername. In welcher Stadt wurde das Pikachu gefangen? Also die Pikachus, die ich verlos. Was ist euer Lieblingskostüm bei Pikachu? Hashtag Hannes brennt. Hinschreiben an Förderstelle. Und dann seid Montag ab 20 Uhr dabei im Livestream. Wenn 21 Uhr die Verlosung stattfindet und gönnt euch halt. Gönnt euch halt. Es ist kein Shiny. Das Ding konnte Shiny sein. Ich habe kein Shiny bekommen in den 5. Aber das Ding konnte Shiny sein. Es gibt andere, die haben halt 1000 Rates gemacht. Haben Shiny bekommen. Ist auch okay. Ansonsten freut euch. Kleines Gewinnspiel. Wer es möchte, wer nicht. Der kann ja trotzdem die Verlosung mal gucken. Die ist eigentlich auch immer ganz lustig und spannend. Und deswegen Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao.